Servus! Wir haben ein kleines Problem. Nein, doch! Early klingt momentan kacke und deswegen kann der keine Videos machen, aber er kann Videos schneiden. Ja! Deswegen nehme ich ihm jetzt hier ein Video auf, in dem ich versuche Dark Souls zu spielen. Ich kann dieses Spiel nicht, ich bin noch nie über den Tutorial-Boss rübergekommen. Vielleicht kann Early aus dem Material ja irgendwas zaubern. Wir machen jetzt einen neuen Charakter und weil das Early ist, nehmen wir den Early-Bubo. Das Alter ist alt, ist ja logisch, ist ja... Das passt so, wir sind jetzt Waldemar, der hässliche Frosch von nebenan. Ja, war ein nettes Leben unter der Erde. Jetzt gehen wir weiter und machen hier mal richtig krasse Party. Okay, was steht da? Lass mich doch... Was bist denn du für ein Unhöflicher? Was soll denn sowas? Alt, stopp, ich bin Katze. Habt ihr gesagt, dass ich Katze bin? War nicht mein Problem. Hallo, mein Name ist Katze. Hat gut funktioniert. Hallo, mein Name ist Katze. Okay, das nenne ich Oberkill. Was ist das denn? Ach, hier ist nix. Oh, Gegner. Oh Gott. Oh Gott. Wo wir ausweichen? Wo wir ausweichen? Okay, tschüss. Hi. Was geht? Mein Name ist Katze. Fuchtel doch nicht rum. Okay. Ach, oh. Ich bin tot. Das ist ja nett. Der haut schon gut zu. Und das finden Leute spaßig, das Game? Zu einfach. Bring mir mal richtige Gegner hier. Hier sind eine Menge... Hi, mein Name ist Katze. Yo. Raste mal. Au. What? Das hat mich gewonnen. Ohne den Schriftzug hätte ich nie rausgefunden, dass ich gerade gestorben bin. Wundervoll. Schön. Sitz. 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 Wow. Toll. Da unten müsste ein Gegner sein. Da unten ist ein Gegner. Seht ihr das? Das ist ein Gegner. Sowas nennt man Gegner übrigens. Können nicht alle so gut spielen wie ich. Ich kann mich an den Boss erinnern. Das ist der, an dem ich immer scheiter übrigens. Weiter woher. Oh Gott. Oh Gott. Wusste gar nicht, dass Early mitspielt. Au. Au. Okay, dafür habe ich es verdient. Dafür habe ich es verdient zu sterben. Dafür habe ich es verdient zu sterben. Können nicht alle so gut spielen wie ich. So, wo ist er denn? Au. Gefunden. Könntest du jetzt bitte aufhören, mich zu pieksen? Ich habe... Sitz. Platz. Halts Maul. Geh weg. Dies ist Sparda. Hallo. Tschü. Ich glaube, sie haben Angst. Vielleicht ein bisschen. Hast zum Fick. Oh Gott. Hallo, mein Name ist Katze. Das ist natürlich schon tragisch, dass ich da jetzt aus Versehen gestolpert bin. Am Leuchtfeuer rasten. Okay, der ist da runtergesprungen und gestorben. Das ist auch eine nette Geschichte. Ich finde das Spiel richtig super. Ich kann mich mal im Ausschläge, der Dude, ey. Ich habe ein gutes Gefühl. Das ist es jetzt. Komm, so viel zu meinen guten Gefühlen. Hallo, ich bin Katz und ich habe einen Zahnstocher. Sitz. 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 Hast du an Sitz irgendwas nicht verstanden? Sitz. Runter mit dir. Tschüss, Mensch. Das geht so nicht weiter. Das war so gut. Das war so gut. Und ich bin so tot. Wieso? So knapp. Komm schon, noch einen. Ja. Komm schon, komm schon, du bist tot. Nein, du kommst nicht wieder. Ja. Das war geil. Open the door. Hold the door. Hallo. 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 Hallo, ich bin Katja. Hallo. Hey, da unten ist jemand. Oh Gott, der hat eine große Waffe. Das habe ich nicht gesehen vorher. Es tut mir sehr leid, falls ich deine Gefühle verletzt haben sollte. Sitz. Platz aus. Ja. Ja. Der Mann mit der großen Axt, auch genannt der Spanner. hat mich wohl umgeaktet. Aber wir können hier runter. Runter. Okay, liebe Menschen. Das war's für heute. Wir sehen uns vielleicht nie wieder, denn das gerade hat mir den Rest gegeben. Ey, ich hoffe, du konntest daraus was zaubern. Ja. Ich habe jetzt 50 Minuten meines Abends für dich geopfert. Ich hoffe, dass diese 50 Minuten zu irgendwas Geilem werden. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.